Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem 20-minütigen Bauch- und Rückentraining. Ein super Kombi-Workout für eine gesunde und starke Körpermitte. In diesem Video habe ich uns eine tolle Mischung aus verschiedenen Kräftigungs- und Mobilisationsübungen für Bauch und Rücken zusammengestellt. Außerdem habe ich auch zwei, wie ich finde, sehr wohltuende Dehnübungen in das Workout integriert. Klingt gut, finde ich auch und das alles in nur 20 Minuten. Also lasst uns jetzt keine Zeit verlieren und auf die Matte, fertig, los! Noch eine kleine Info vorab. Es warten insgesamt vier Übungspäckchen auf dich. Wir starten mit dem Bauch, gefolgt vom Rücken, dann geht es wieder zu dem Bauch und dann am Ende ist nochmal der Rücken dran. Zwischen diesen Übungspäckchen gibt es immer eine einminütige Pause. So, das waren jetzt genug Infos. Ab auf die Matte. Wir starten genau jetzt. So, wir starten in Rückenlage. Roll dich ab auf deine Matte, richte dich hier kurz ein. Und es geht los mit Greifen wechselseitig. Du versuchst mit den Fingerspitzen deine Fersen zu berühren und ziehst dich regelrecht immer von rechts nach links. Und das Ganze aus der Kraft der Bauchmuskulatur. Der Atem fließt weiter, die Luft nicht anhalten. Wenn du die Luft anhältst, wirst du diese Minute wahrscheinlich nicht schaffen. Also versuch hier mal wirklich den Atem, auch wenn es schwer ist, entspannt fließen zu lassen. Und dran zu bleiben. Du hast schon mehr als die Hälfte geschafft. Im Wechsel rechts und links die Ferse berühren. Oder annähernd die Ferse berühren. Also hier wirklich in so eine kleine Seitenneigung gehen. Dranbleiben. Nur noch 10. Du schaffst das. Für mich war auch diese erste Übung schon echt anstrengend. Aber sie ist vorbei. In 3, 2, 1. Prima gemacht. Roll zurück in Rückenlage. Nimm die Füße hoch in einen 90 Grad Winkel im Kniegelenk. Und du pumpst mit den Armen neben dem Körper auf und ab. Auch hier Luft nicht anhalten. Und kleine schnelle Schlagbewegungen in der Luft machen. Mit dem langen Arm und der flachen Hand. Bleib dran. Wem das jetzt hier in dieser Position zu anstrengend ist, der darf gerne mit mir jetzt zurückkommen, den Kopf ablegen, aber die Übung beibehalten. Also weiterhin die Arme auf- und abpumpen, aber den Kopf ablegen, dann wird es deutlich einfacher. Für diejenigen, die mit dem Oberkörper oben bleiben wollen, können das natürlich auch gerne tun. So. Noch 10 Sekunden pumpen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Arme ablegen. Es geht direkt weiter mit dem Käfer. Du tippst mit der Fußspitze auf der Matte ab. Oder kurz vor der Matte. Kannst auch in der Luft bleiben, dann wird es ein bisschen einfacher. Oder eben, du machst den ganzen Weg mit und tippst unten auf der Matte. Hier bleibt der Kopf die ganze Zeit unten abgelegt. Viel, viel entspannender für Schulter- und Nackenbereich. Und du tippst mit den Füßen im Wechsel links und rechts. Entspann auch mal den Kiefer. Versuch da nicht irgendwie die Zähne aufeinander zu pressen. Das passiert manchmal. Und auch hier weiter atmen. Dann rumpf ist stabil, neutrales Becken. Die letzten 15 Sekunden brechen an. Danach wartet noch eine Bauchmuskelübung auf uns und danach gibt es die Pause. Also hier nochmal dranbleiben. Letzten 3, 2 und geschafft. Sehr gut. Roll hoch, komm in den Vierfüßlerstand. Und wir machen hoch, tief. Also Knie von der Matte lösen und wieder sinken lassen. Das ist die letzte Übung für dieses Päckchen. Nochmal hier dranbleiben, durchpowern. Dann hast du schon das erste von 4 Päckchen geschafft. Knie lösen und wieder sinken. Blick ist hier nach unten Richtung Matte gerichtet, damit du in der Halswirbelsäule auch schön gerade bleibst. Der Atem fließt genau wie bei den anderen 3 Übungen. Entspannt weiter. Niemand hält die Luft an. Letzten 20. Das schaffst du. Anstrengend, der Bauch brennt. Es wird jetzt auch langsam anstrengend. In den Armen, weil die stützen müssen. Noch 10. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Die erste Pause in diesem Workout hast du dir sowas von verdient. 60 Sekunden, eine Minute lang verschnaufen. bis hin und nach 일� der nonetheless. Schulnperoten 1. bis hin. 2, 3, 2, 1. Auch. Bein. Bis hin. Bis hinca실, Bis hin. Bis hin. Bis hin. Bis hin. so macht dich langsam bereit wir starten ins zweite päckchen und tun jetzt was für unseren rücken für unsere rückenmuskulatur und es geht weiter im hochstütz komm diese position und stell dir vor du hast vier punkte auf deiner matte und läuft die mit den händen ab also vor vor rück rück noch mal so wem das zu anstrengend ist kann mit mir jetzt auf die knie kommen und macht genau das gleiche weiter vor vor rück rück wer die variante von davor wählen möchte kann das natürlich auch gerne machen ist aber deutlich anstrengender ich wollte euch hier zwei verschiedene schwierigkeitsstufen anbieten auch hier die punkte ablaufen mit den händen und der rumpf bleibt hier super stabil vor vor rück rück blick nach unten richtung matte und der atem fließt dranbleiben vor vor rück rück letzten sekunden super gut gemacht wir machen weiter was entspannendes die katze kuh das darf zwischendrin nicht fehlen einfach ein bisschen die wirbelsäule mobilisieren neutralisieren und du gehst hier im wechsel in einen katzenbuckel also du rund ist die gesamte wirbelsäule und in die gegenposition in die kuh position wenn du den rücken rund machst kannst du ausatmen wenn in die gegenposition kommst atmest du ein mach hier schöne angenehme wechsel in deiner geschwindigkeit in deinem tempo und versuch mal wenn du den rücken rund ist dass du dein kinn auch mitnimmst also auch oben in der halswirbelsäule wirst du ein wenig rund letzten sekunden laufen ein wenig rund werden das war katze kuh wir machen weiter in der bauchlage kommen nach unten swimming und zwar diagonal rechter arm linkes bein und rechtes bein linker arm im wechsel anheben wer öfters videos von unserem kanal macht weiß was jetzt kommt das sage ich immer es geht hier eher um länge und nicht um höhe also natürlich sollst du arm und bein anheben aber mehr sollst du noch denken dass du hoch und dann aus der aus auseinander zieht also wirklich in die länge zieht also eine diagonale linie rechter arm linker fuß und dann geht es nach oben und gleichzeitig aber auch in die länge ziehen blick ist auch hier nach unten und der atem fließt wie bei jeder übung super gut schon gemacht noch zehn sekunden letzten 321 und wir machen die letzte übung von unserem rückenpäckchen noch mal was entspanntes es ist die child's pose du setzt dich also mit dem gesetz zurück auf die fersen die arme sind lang nach vorne ausgestreckt das soll aber nicht heißen dass die schultern mit nach vorne gehen die sind trotzdem hinten und entspannt aber du hast trotzdem lange arm stören ist auf der matte abgelegt und atmest hier wirklich mal in den rücken den unteren rücken hinein man kann das richtig spüren wie sich da alles weitet mit der einatmen wenn ihr das angenehm ist so mit den arm ausgestreckt nach vorne kannst du gern so bleiben sonst kannst du auch mal versuchen die arme nach hinten zu nehmen neben den körper das siehst du jetzt auch hier dann machst du dich ganz klein ganz rund wie ein stein letzten sekunden prima gemacht richte dich hier langsam auf roll dich wirbel für wirbel hoch und tankt noch mal in der jetzigen pause ein bisschen energie denn wie zu beginn angekündigt kommt jetzt wieder ein bauch päckchen das erste päckchen bauch war schon relativ intensiv und es wartet noch mal ein päckchen bauch auf uns deshalb hier noch mal durchatmen trinkt vielleicht einen schluck und dann machen wir gleich weiter und dann gehen wir gleich weiter und dann gehen wir weiter und dann gehen wir weiter und dann gehen wir weiter so machte ich langsam bereit für unsere nächste runde wir machen genau jetzt weiter du geholt ab nach unten up and down und rollt wieder direkt nach oben auf ganz fiese übung aber eine sehr sehr gute übung das soll natürlich im besten fall ohne schwung passieren denn du soll es nur aus der kraft der bauchmuskulatur arbeiten du siehst hier meine hände sind immer in den kniekehren und wenn ich runter rolle dann wandern sie an den oberschenkeln mit entlang versuch das auch mal und wenn es gar nicht anders geht beim hoch rollen dann zieh ruhig zieh dich ruhig ein bisschen hoch aber versuch eher aus der kraft der bauchmuskulatur zu arbeiten super anspruchsvolle übung aber ich möchte euch ein bisschen herausfordern versuch das mal hier hoch zu rollen und abzurollen sehr gut dranbleiben noch einmal hoch prima gemacht und du kannst abrollen in rückenlage jetzt kannst du unten bleiben kopf ablegen hände ablegen fahrrad fahren in der luft eine einfache aber sehr effektive übung wenn man die wie wir jetzt 60 sekunden lang durchführt dann merkt man das ganz schön in der bauchmuskulatur das habe ich auch zu spüren bekommen aber versucht hier durchzuhalten weiter zu atmen und schöne große ausladende fahrrad fahren bewegungen mit den beinen in der luft zu machen die größer die bewegung desto anstrengender wird für die bauchmuskulatur das ganze zu halten aber du hast jetzt schon mehr als die hälfte geschafft 20 sekündchen warten noch du bleibst dran du schaffst das letzten zehn noch fünf vier drei zwei eins das war fahren fahren kommen direkt nach oben gerollt mit mir über den schneidersitz in den hochstütz bergsteiger eine meiner lieblingsübungen knie ranziehen zur brust im hochstütz die zeit läuft bereits und du arbeitest hier in deinem tempo je schneller du wirst desto anstrengender wird das ganze wenn du das tempo ein bisschen rausnehmen möchtest macht das hier gerne aber versucht dran zu bleiben versuch hier mal nicht aufzuhören sondern weiter zu machen knie ranziehen im wechsel zur brust blick ist nach unten gerichtet atem fließt mehr als die hälfte ist schon geschafft nur noch 15 sekunden ab jetzt im wechsel rechtes knie linkes knie durch beißen dran bleiben nur noch 5 4 3 2 1 super super gut gemacht plenk letzte übung für dieses päckchen die zeit läuft los geht's eine minute plank da können wir natürlich diese variante hier wählen auf den unterarm sind wir in jedem fall abgestützt und die beine sind lang eine gerade linie kopf rücken gesäß bis hin zu den fersen das ist ganz schön anspruchs anspruchsvoll das ganze zu halten für eine minute atme tief durch durch die nase ein und durch den mund aus du kannst jetzt mit mir auf die knie kommen das ist ein bisschen einfacher für die letzten 30 sekunden trotzdem noch anstrengend aber eine kleine ja eine kleine erleichterung einfach die anderen dürfen natürlich auch in der geraden position bleiben durchhalten noch 5 4 3 2 1 sehr gut gemacht das war unser zweites bauch päckchen eine pause hast du dir verdient und dann wartet nur noch ein letztes rücken päckchen auf dich und dann bist du auch schon durch mit dem 20 minuten rücken und bauch training richtig gut noch ein halbes minütchen pause wurde hier wirklich aus tank noch mal ein bisschen energie sammeln deine kräfte noch mal für unsere letzte runde so macht dich bereit es geht gleich weiter und zwar im seitstütz komm auf deine rechten unterarm und das bein ist angewinkelt oberes ist ausgestreckt zeit läuft 30 sekunden seitstütz auf und ab schiebt das becken richtung decke und sink wieder ab richtung matte das machen wir 30 sekunden auf dieser seite und danach wechseln wir die seite so kommen wir auch auf eine minute letzten 10 noch 5 4 3 2 1 rechte seite ist geschafft seitenwechsel auf den linken unterarm unteres bein ist auch hier wieder angewinkelt oberes ist lang gestreckt hand kannst du in die hüfte taille nehmen und bewegst dich auf und ab manchmal bekommt man die probleme in der nacken muskulatur wenn du den blick nach unten richtung arm richtung unterarm richtet ist es ein bisschen entspannender für die nacken muskulatur schau mal welche position da für dich und dein nacken am besten ist noch 5 4 3 2 1 das war der seitstütz sehr gut du kommst mit mir in den vierfüßler stand wir machen den halbmond knie eng zusammen und im wechsel rechts und links die füße rausschieben und blick geht immer zu der seite wo die füße sind wenn man jetzt von oben auf dich drauf gucken würde würde ein würde deine wirbelsäule wie so einen halbmond formen das einfach nur zur veranschaulichung das ist eine sehr schöne übung für die wirbelsäule in diese position bringen wir die wirbelsäule eigentlich viel viel zu selten den ganzen tag über machen wir solche seiten eigentlich nicht findet die wirbelsäule aber eigentlich ganz gut so noch zehn sekunden noch fünf vier drei zwei eins das war der halbmond vom halbmond gehen wir in den vier füßler diagonal und das ganze machen wir im wechsel rechter arm linkes bein und rechtes bein linker auch hier schön in die länge ziehen gilt das gleiche wie beim swimming eher länge als höhe und immer die position einnehmen kurz halten balance finden und dann wieder der wechsel wenn ich an rückenübung denke ist das so eine übung die dabei sein muss finde ich das eine absolut tolle übung die darf bei mir eigentlich nicht fehlen gerade die ist dieses diagonale ist einfach super letzten zehn nur noch 5 4 3 2 1 sehr gut die letzte übung wartet auf dich die letzte übung dieses workouts findet in bauchlage statt von press ab du wolltest dich hoch und wollte wieder nach unten ab schultern führen die bewegung an dann folgt der rest blick geht mit hier hoch rollen wenn du oben bist kannst du auch mal die hände lösen denn du sollst dich nicht aus den händen hoch schieben sondern aus der kraft des rückens versuch das mal wenn du hier nach oben gerollt bist löst kurz die hände wenn das gut klappt dann machst du die übung richtig also hoch rollen hände lösen und wieder abrollen du wolltest nur so weit hoch dass die unteren rippen noch die matte berühren also so vom gefühl hoch hände lösen wieder abrollen blick folgt nochmal hoch lösen und abrollen sehr sehr gut du hast es geschafft zwei päckchen bauch und zwei päckchen rücken liegen hinter dir sehr gut wie haben die übungen bei euch geklappt seid ihr gut mitgekommen ich freue mich über einen austausch hier unten in den kommentaren schreibt mir doch gerne mal wie es funktioniert hat und ob ihr vielleicht eine lieblingsübung habt ein kleines bisschen mehr würde ich mich noch freuen wenn ihr auch einmal diesen kanal abonnieren würde das geht ganz ganz einfach ihr geht auf den kanal drückt auf abonnieren und aktiviert im besten fall auch noch die glocke denn dann verpasst ihr solche videos überhaupt gar nicht mehr so ich freue mich schon auf das nächste training mit dir und verabschiede mich für heute und sage tschüss bis zum nächsten mal